ja hallo und herzlich willkommen liebe community hier bei medium crazy und stationeers auf vulkan ich habe jetzt noch mal den code ein bisschen umgeschrieben hier und zwar habe ich jetzt hier ein bedtryd gemacht auf den klackson und habe den hier oben mal definiert jetzt gucken wir mal wenn wir draußen beim sauerstoff den filter rausnehmen ob der klackson dann auch geräusche macht ja gut ich sollte der das tun bedtryd ist immer gut kann ja heulen wo er will kannst du irgendwo klackson dranhängen und ins stromnetz und der heilt los rausgesetzt wir haben keine trafos dazwischen jo funktioniert ist nicht schön das ist komisches macht hier so ein an aus thema ja warum eigentlich naja das wird schon gehen so der filter möchte gerne abgeholt werden jetzt kann ich aber den sauerstoff hier nicht so rausfiltern wie ich mir das vorstelle weil hier ist ein hofen scheiß drin wenn ich das jetzt hier aufmache dann läuft das da rein meine base will ich aber nicht also das ist mal ganz kurz hier mal die base abkoppeln und jetzt ne warte das geht auch nicht weil alles was weiß ist bleibt ja da drin ach so doch das geht das geht das geht das müssen jetzt hier eine verbindung schaffen und jetzt müsste der eigentlich den sauerstoff rausfiltern warum tut er das nicht warum filtert der den sauerstoff nicht raus das ist das was ich meine ich gucke aufs rohrende da passiert nichts ja guck da drauf da passiert was das ist komisch muss ich nicht verstehen das hätte mich 300 grad das ist natürlich so geil da müssen wir das co2 noch rausfiltern hier 6000 6000 mol co2 hier drin ey da brauchen wir ja kein co2 aus atmosphäre ziehen das können wir hier rausnehmen irgendwie filtert der filter extrem langsam ich weiß nicht warum naja klar da müssen einige mol müssen da durch durch den filter 18 mol 17 naja irgendwann ist der tank hier auch voll ne ich weiß dass co2 ist ja ganz nett hier mit den 6000 mol aber eigentlich hm wir könnten die 6000 mol aber auch rüberführen und drüben filtern das könnten machen dann legen wir da noch eine zweite leitung daneben und drüber und die zweite leitung geht dann an den co2 tank dann könnten wir das auch noch rausfüttern naja okay ich sehe schon hier das ist ja das hat alles keinen sinn hier das funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle das heißt wir werden den hier mal abmachen den wieder da dran machen und den hier wieder zusammenkütteln und den hier wieder zusammenkütteln oh jetzt haben wir glaube ich was falsches gemacht ah ja 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 machen wir schlecht 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 ja das ist wenn ihr chrissy nicht nachdenkt ja das hätte ich mir gedacht unkomfortable temperatur mein freund und wir haben wieder x hier in atmosphäre drin und h2 und n2 weil ich diesen blöden kacki tank da wieder dran gemacht habe man das gibt es doch nicht ich kann aber das nicht jedes mal hier rausfiltern den scheiß naja 58 gleich hab das geschafft vorne ist klima klima und geläuft doch und der macht nichts weil wir sind über 50 kpa zwei mal sauerstoff was hat doch hier nicht hin mit der sauerstofffiltration schon wieder vier mal hier drin und hier ist ja nicht drin ja hier ist nicht drin dann muss ich den noch ein bisschen anders hinbauen dann muss der filter hier vorne irgendwo hin weil es scheint so dass der hier das schneller zieht als der dahinten aufgrund der ganzen welche so haben so da gefahren was ist denn jetzt hier 66 grad hier drehen wir ein bisschen auf ja hoschi erstmal was jucken hier ein bisschen das co2 raus tisch könnten wir das auch so machen indem wir einfach den filter und nicht den da anschließen sondern da anschließen dann filtert der hier nochmal fleißig das co2 raus die idee das kann man sogar automatisieren das ist eine gute idee und zwar erzähle ich euch wir bauen da ein ventil ein nachdem wir dann den ofen gebaut haben ein digitalventil und dann entscheidet der filter oder beziehungsweise der chip entscheidet ob er von draußen co2 ansaugt oder ob er das co2 hier aus diesem aus diesem tank holt weil er pumpt ja pumpt ja hier alles rein sieht man ja und da in diesem raum befindet sich ja eigentlich nur co2 und co2 also sind die anderen gase erstmal hinter und das was hier den druck macht das ist das co2 drin und den sauerstoff filtern wir raus über den sauerstoff filtern wissen wir und das co2 das ziehen wir einfach in diesen tank rein und von diesem tank aus filtern wir das hier wieder rein hier über die über den hoshi filtern wir das wieder wir haben ja noch einen kühler hier draußen übernehmen können also von daher hm ja das brauchen wir mal um die tage aber jetzt nicht so dallas wie sieht es aus wir sind fast tot ok dann müssen wir jetzt mal kurz die dallas retten bevor sie alle tot sind ja komm mal fängst du wieder an damit ich will mal schnell den sauerstoff rausfiltern und schon machst du wieder alles kaputt weil du nicht nachdenkst ja naja es ist immer das gleiche da wird schnell mal irgendwo ein rohr abgefummelt und dann scheißen dreck das ist das schöne dass die dallas trotz dessen dass sie als pflanze gerade eine beschädigung hatten ähm in einer als pflanze selber dann nicht mehr beschädigt sind wenn man sie dann in der nosentasche hat ist gut so 57 3 das muss ich alles erstmal hier amortisieren ja wir haben ja gerade einen hofen scheiß reingefüllt hier ne jetzt haben wir wieder h2n2nx drin ach wollte ich nicht haben wie gesagt hier hinten wo der das absaugt da haben wir das nicht ja aber da haben wir es dann müssen wir mal gucken dann müssen wir mit dem rohrende mal hier rüber gehen und müssen hier mal irgendwie ich weiß nicht vielleicht an der erde oder so irgendwelche absaugt sachen machen weil hier ist der sauerstoff und der landet dann da drinnen und der soll nicht da drinnen landen der soll abgesaugt werden aber ist egal das hat ja bisher auch funktioniert so 49 der holt kein co2 49 grad wie siehts mit der wassertemperatur ist im dem 50 ist nicht so hoch müssen wir mal rapporten so lustig wie sich hier alles bewegt ja sehr schön achso warte mal ich hab's verkehrt rumgebaut oh ich hab's verkehrt rumgebaut die rohre die oben an der decke sind die müssten eigentlich alle hier dran an den strang und nicht an den strang deswegen ah ja 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 ich hab wieder scheiße gebaut okay dann muss der da dran hier ist ordentlich bewegung hin und nicht andersrum wie siehts hier aus 50,8 50,7 49 können wir da erst wieder pflanzen ok computer machen wir mal aus brauchen wir nicht das ist nur strom und macht lärm das können wir nochmal ausmachen oder russparen wir können ja mal in ein autolays gucken aber da ist nichts drin das ist natürlich nicht schlecht das ist natürlich richtig toll das sind schöne fußböden da brauchen wir iron zu iron ist da drin und müsste hier auch noch was drin sein äh nein wir haben da kein iron drin und hier haben auch nichts mehr drin vielleicht mal ein paar fußböden bauen das sind schon mal überall drüber stellen das kühlt noch 7 plus grad also das müsste ja eigentlich schon reichen guck mal ja jetzt haben wir wieder 10.000 pflanzen geerntet die brauchen wir ja dann auch so haben wir hier noch Platz im Schrank ja haben wir die verraten nicht das ist echt gut das ist echt so und Dagas wie geht's euch jo dann geht's gut sehr schön naja und sowas kann uns halt da drin auch passieren ja wenn da irgendeinen scheiß bauen mit den Tanks dann peng peng kaputt kaputt ja und ich sehe schon das mit meiner Filtration war eine dumme Sache die Filtration muss eigentlich hier auch im Kreis pumpen weil das funktioniert so nicht ja ja die Filtration muss eigentlich hier mit dran ja 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 er muss das genauso machen wie der hier das ist ja das im Kreis weil der sammelt jetzt den ganzen Sauerstoff ein ne 4 mol haben wir da schon wieder drin das müssen wir denn auch bei Gelegenheit mal checken was wir das anders bauen 41 Grad ja wenig zu so halt mal dein Mund hier du bist zu laut wir gucken mal hier kurz in die Atmosphäre jetzt haben wir wieder genau die verseuchte Atmosphäre die wir vorher auch hatten das kann natürlich von der von der Tür kommen durch unsere Aktion von gerade eben kommen wobei ich das nicht glaube weil dann wäre hier wahrscheinlich noch mehr Kram drin naja die Mol werden schon rausgefischt und wir werden das wir brauchen ja zwei Filtrationen und zwei Kühler wir haben ja nur zwei Gase hier drin Sauerstoff und CO2 und deswegen ist ja das Gute dass wir hier das schon mal so ein bisschen vorfühlen und testen weil wir wollen das ja dann im großen Stil da drüben bauen großes Ziel da drüben bauen ist ein gutes Stichwort ähm wir brauchen mal Türen ähm äh äh Hitler würde ich sagen oder? Eisen und Coopern nein so so Eisen so so war nur noch Eingabe am Kuppern oh nee ey oh hmmm Haben wir da noch irgendwas anderes drin? Nein noch nicht Dieser Ofen macht wohl keiner mehr viel Spaß ey das ist lustig wir haben auf dieser Base immer noch nur eine eine Batterie ne? aber das ist totale Verschwendung weil ähm die Base so viel Energie produziert ich hab schon gesagt wir werden das mal umdrehen wir werden die mal ähm wir werden mal die äh die Luftdekusse die kommen mit an die Hauptbasis dran nennen ohhhhhh nein die Cheatendreck Sturmy Storm macht zu Sonst können wir wieder Tape bauen hier so ein Scheiß ey jetzt brauchen wir so ein Scheiß ey aber was wird ein Tape gebaut aus Eisen glaub ich ne? Duck Tape mhmhm da 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 Duck Tape Juhuuu war natürlich nicht Duck Tape nein Duck Tape wissen wir doch selber aber das war ja lustig der Witz komm der war gut der war gut okay wir kommen schon wieder nicht zu unserer eigentlichen Arbeit äh weil wir hier schon wieder die ganze Zeit irgendeinen Scheiß machen müssen ähm wir wollten eigentlich wir wollten eigentlich das Automationsprogramm schreiben eigentlich wollten wir die Furnace bauen aber jetzt wollten wir erstmal Sauerstoff und Wasserstoff erzeugen ein bisschen Sauerstoff erzeugen wir ja hier schon wieder jetzt alles geklappt haben wir nicht alles kaputt gemacht so die Anzeigen haben wir jetzt auch das heißt da haben wir immer schön einen Blick was jetzt hier wo wie ist und die Tageszeit haben wir ja es wird kälter es heißt Garanto geht unter wir kommen aber nicht raus weil Peng Peng hier Sturmy Stormy Daniels ist hm aber warte mal wenn Sturmy Daniels ist können wir trotzdem raus weil äh die Temperatur ist ja eben falsch wir müssen halt auch nur aufpassen dass wir nicht wegfliegen oder irgendwas in der Flasche kriegen Entschuldigung ist so das passiert ja ganz schnell heutzutage nicht schon so wir können das Licht mal anmachen sieht aber ein bisschen geil aus der Sturm ja sieht schon ein bisschen schick aus ja die Propellis die machen da ordentlich Lack ja hey man hat nie nur drei Punkte wenn wir volles Ballett gerade Sturm haben das verstehe ich nicht dann muss doch schon wieder irgendwas kaputt sein ja ich häng' jetzt hier fest ja ich häng' jetzt hier fest und äh Dings brauchen wir dafür ähm Welding Torch Welding Torch Plastik Sheets und Glasschein brauchen wir dafür ja das wundert mich ich hab nur noch ich hab nur drei ich hab nur drei Balken aber die Windmühlen sind gerade im Sturm das muss doch voll sein das Ding ist ja irgendein Draht schon wieder ab ist ja schon wieder irgendwo ein Draht ab weil wir'deignete schnell mal im Sturm denn die haben wir auch sagen wir sind die Ja, hört der Sturm jetzt auch mal auf, oder was? Was ist lustig, hast du hier drin, hast du Sturm, ja. Obwohl du eigentlich im Raum drin bist. Wie das nicht zu ist, ist hier rum. Naja, sei es drum. So. Dann könnten wir ja theoretisch dann jetzt gleich da hoch gehen, wenn der Sturm vorbei ist. Und mal unsere... Es ist wieder so ein langer Sturm. Macht wohl alles kaputt. Achso, hier die kann man auch mal ausmachen. Ja, das ist natürlich... Ich habe jetzt eigentlich nicht viel mehr dran als vorher, ne. Aber die Batterie ist irgendwie leer. Das weiß man auch nicht. Na gut, wir haben jetzt ein paar Chips mehr, ein paar LEDs mehr, ja. Aber es wundert mich, dass die Batterie nicht voll geht. Ja, wir gucken gleich mal. Vielleicht ist ja ein Draht durchgebrannt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir könnten ja eigentlich mal gucken, was gerade reinkommt. Ja, das ist nicht das Kabel. Ja, 840 Watt gehen gerade rein. Und... Ja, weil 840 rausgehen, gehen 840 rein. Ja, alles klar. Das ist also... Das war wohl nix. Das war ja gerade noch. Das war wohl nix. Hm. Kann der Sturm jetzt mal bitte aufhören? Gucken wir mal, wie es dem Flensken geht. Ja, dem geht es jetzt gut. Wir haben... 1 Moll O2. 3 O2. Wir gucken hier rein. Unseren schönen O2-Tank. 3000 Moll. Na, siehst du. Wären noch mehr. 30 Grad. So, Wasser haben sie noch, glaube ich. Warten wir mal. Ja, haben sie noch. 1 Moll ist da noch drin. Hier sind noch 62 drin. Mal warten, bis sie das verbraucht haben. Dann kriegen sie eine neue Pulle. Was ist hier noch drin? Das ist schon leer. Na, siehst du. Kann ich den gleich mal nachfüllen. Wenn ich schon mal hinten bin, wo ist eigentlich die andere Pulle? Da hinten noch drin? Ich hatte doch drei Flaschen, oder? Hatte ich nicht drei Flaschen? Hm. Steckt die da noch drin, die dritte Pulle? Was habe ich mit der dritten Pulle gemacht? Oder ist die hier rumgeflogen und liegt jetzt hier irgendwo? Vorhin bei unserem Experiment. Nicht keine Pulle. Den einlässen ist er auch nicht. Hier ist auch keine drin. Nein. Hm. Hatten wir nur zwei Flaschen? Ich bin der Meinung, ich hatte drei. Na egal. Ey, kann jetzt mal der Sturm aufhören langsam? Sei ja nicht. Na gut. Ich drück mal Pause, wenn der Sturm vorbei ist. Dann geht's weiter. Bis gleich. So. Der Sturm ist vorbei. Dann nehmen wir mal weiter hier. Haben wir noch sieben Minuten? Bis zu 30. Wie ist das eigentlich mit 30 Minuten? Hört so hin, ja? Weil ich wollte 15 Minuten Folgen machen, aber dann muss ich ja 300 Folgen hochladen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Also machen wir's so. Jetzt gucke ich mal, warum... Das ist nicht vollgeladen. Hier sind doch aber alles dicke Kabel drin. Alles dicke Kabel. Hier ist nichts kaputt. Äh. Ja, das hat's nicht geschafft. War ja auch drei Jahre langer Sturm. Also es war ja schon wieder... Oh. Brauchst ne ganzer Rolle für. Sehr schön. Okay, dann können wir das ja wegfräsen. Hier das Ding. Das ist ja dann kaputtisch. Ja, sehr schön. Mal im nächsten Sturm wegfliegen. Äh. So, pass mal auf. Wir machen jetzt mal Trick 17. Das ist nämlich der bei Trick 16. Äh. Wir werden jetzt mal ganz schnell einen Kabelanalyzer bauen. Und dann holen wir uns mal die Daten runter. Ich möchte nämlich mal wissen, was da jetzt bei Sturm, im Sturmfalle wirklich reinfällt. Geht an Energie. Weil, es kann sein, dass wir jetzt wieder ein kaputtes Kabel haben. Was man nicht erkennt. Weil die Schrauben nicht nach oben sind. Ja. So. Wir bauen jetzt mal einen Kabelanalyzer. Kabelanalyzer. Oh. Scheiße. Dann brauchen wir das Eisen. Äh gut. Wir brauchen jetzt mal das Kupfer. Wir müssen echt noch ein bisschen farmen, ey. Ich muss mal wirklich nochmal losfarmen. Äh. Kupfer. Was brauchen wir noch? Äh. Eisen und Silikon. Eisen hatten wir hier drin. Ja. Eisen ist da drin. Also Silizium, nicht Silikon. Klar. Und jetzt noch hier das Silizium raus. Das kommt zum Glück immer als erstes raus. Kabel haben wir noch. So lange nicht Procritical ist es mir egal. So. Dann können wir nämlich den hier gleich mal in Hand nehmen. Ich muss das jetzt mal wissen, was da passiert. Weil, das kann ja nicht sein. So. Und zwar haben wir hier. Kabelanalyzer. Ah nee. Nee, nee, nee. So. Und jetzt zuppeln wir uns den. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen dürfen. Ob wir den jetzt hier rüberziehen dürfen. Aber ich glaube ja. Ich glaube, das ist nicht das Problem. So. Wir haben ja nur einen Kabelanalyzer. Also können wir den so lassen. Aber hier sind die Schrauben alle nach oben. Also da sieht man es dann eigentlich, wenn die kaputt sind. Hm. Egal. So. Jetzt müssen wir mal gucken, auf welchem ICC. Und dann könnten wir uns das eigentlich anzuhängen lassen. Ja, ja, ganz aufhören. So. Das heißt, wir brauchen noch eine Konsole. Okay. Ähm. Machen wir hier. Woher? Machen wir nicht hier. Das machen wir hier. Ach, das geht ja nicht. Doch, das geht. Doch, das geht. Weil der Kabelanalyzer hängt ja mit seinem... ...Schnatter hängt er ja woanders. Das Ding benennen wir jetzt mal um. Binden. BD. Bauer. Binden. So. Jetzt gucken wir mal. Irgendein Chip hatte ich aber noch was frei. Na, CO2-Überwachung hat noch was frei. Na. Okay. CO2-Überwachung hat noch was frei. Rapportieren wir mal. So. Dann machen wir jetzt hier mal... ...Alias, Kabel, NL, ICC, D5. Und... ...dann lesen wir mal in... ...A10. Äh, wir lesen in R10... ...Wir lesen in R10... ...Wir lesen in R10 aus... ...Ca... ...die Variable... ...die weiss ich jetzt gerade nicht... ...Ach, ich brauche... ...Kabel, NL, ICC... ...A Power Actual. ...Actual. Genau. So. Und die... ...schreiben wir dann... ...Wir schreiben... ...R10... ...Nein Quatsch... ...An... ...Achso... ...Achso... ...Ach, scheiße... ...Wir brauchen ja das LED 3 noch. ...Ach, ja, ja, ja... ...Haben wir, haben wir, haben wir... ...haben wir, haben wir... ...Äh... ...L, D,... ...V1... ...D... ...Warte mal... ...Warte mal... ...Warte mal, wir haben da Platz noch. B1... ...und das ist dann D2... ...Alias, D, D, V1... Und jetzt haben wir hier Z, LED, Fangen wir ein, Setting, RC, und vorher können wir noch Z, 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 LED, Fangen wir mal in, Mode 9, genau, LED, CO2-Überwachung, gerne, heißt CO2-Überwachung, ja, das war da irgendwas komisches dran, schreien wir mal, dann funktioniert es nicht, ja, ja, der meckert jetzt rum, weil er die Dinger nicht findet, ähm, hier muss der Cable-Intentizer ran, dann machen wir mal andersrum, weil der findet ein C an, dann ist der also irgendwo vorne, da ist er, LED-Power-In, LED-Power-In, das ist ja klar, so, ja, alles klar, okay, was haben wir, ach so, ja, warte, wir wollen ja, ach, die haben ja einen Modus, die LEDs, und zwar, ich weiß gerade nicht, wie der Modus heißt, Modus ist, Mode 2, ich habe schon wieder Escape gedrückt, äh, der hat eben schon mal auf Mode 2, genau, Okay, jetzt sehen wir, was reinkommt. Okay, dann bin ich ja mal gespannt bei Strom. Strom hier, also 1,5 gehen rein und rauskommen. 1,09, naja, gut, okay. Dann verstehe ich das, dass das so ist. Ja, dann verstehe ich das. Klar, die machen natürlich nicht viel, die Hoshis, ne? Ja, wir müssen da neue Solarzellen bauen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als neue Solarzellen zu bauen. Und, ähm, lasse ich mal hier gucken, haben wir jetzt hier schon mehr? Ja, haben wir. So, wie viel Wasser haben die noch? 61 Mol, das geht Ihnen gut. So, äh, das bedeutet, hier und neue Scheiben. Aber ich glaube, ich habe vorhin alles verbatzt, wie die Solarzellen. Ja, ein bisschen Gold hätten wir noch zu machen und ein bisschen Kupfer müssen wir noch schmelzen. Hätten wir ja alles. Und wir sind aber gerade bei untergehenden Sonne, das heißt, äh, müssten dann erst mal abwarten. Ja, ich sag mal, drei gesteuerte Solarzellen müssten ja reichen. Die anderen drei haben das ja auch geschafft. Und die passiven Mühlen, ja. 1,4 kW, also wir dürfen nicht unter 1 kW fallen. Äh, dann, äh, also unter 1,2 kW dürfen wir nicht fallen. Weil dann machen wir miese auf der Batterie. Ja, klar, ich habe ja jetzt zusätzliche Verbraucherlampen, ja. Haben wir ja jetzt die ganzen Anzeigen, die wir hier haben, die brauchen ja auch Strom. Ja, klar, es kann schon sein, dass deswegen das Ganze zu hoch geht. Ja, dann müssen wir aber, so, mal gucken. Naja, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken, wir uns jetzt mal hier das Energieding hier nochmal an. Aber wir kommen ja eigentlich hin, also eigentlich, was mich halt gewundert hat, ist, dass bei Vollgas, dass hier, äh, dass die Batterie nicht voll war. Das hat mich halt gewundert. Ja, guck mal, jetzt fahren wir miese. Ja, 800 Watt, mehr gehen nicht rein, Sonne ist weg. Naja, eigentlich drei Balken reichen eigentlich, geht doch, funktioniert doch. Läuft doch alles, wie es soll. Die Temperatur sieht gut aus, 28 Grad. Und solange wie er kein CO2 reingepunkt werden muss, passiert ja hier auch nichts, weil der Filter, der nicht arbeitet. Also zumindest nicht so oft. Ja, weil jetzt haben wir 29,1 Grad, alles ist gut. Kühlfilter muss nichts machen. Jetzt kommt wieder CO2 dazu, weil wir sind unter 50 KPa. Genau. Wir sind jetzt unter 200 Grad. Genau. Naja, okay. Power, 20 Watt, alter, 20 Watt. Das ist so lustig. Wind ist so doof, ja. Und Dings ist auch doof. Sonne doof, Wind doof, Schaf doof, alles. Na gut, hier guckst du. In der nächsten Folge. Und dann versuche ich mal, nicht so viel zu failen. Was haben wir noch drin? Ach, da ist ja keine Brille mehr drin. Kann das sein? Einmal, wir haben noch ein Mold drin. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge geht es weiter. Dann bauen wir mal ein paar Solare Zellen, bis wir noch ein bisschen Farm gehen wahrscheinlich. Ich werde mal sehen, vielleicht gehe ich offline nochmal Farm. Jetzt brauchen wir einen Kupfer, brauchen wir auf jeden Fall. Eisen haben wir noch. Also Kupfer. 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 Okay, dann besorge ich mal ein bisschen Kupfer und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Let's go, tschüss. Tschüss.